Oh mein Gott Zack Die Dinger gönne ich mir dann nochmal Jetzt bitte nicht den Berg hoch Ich möchte gerne geradeaus Genau da lang möchte ich Vielen Dank Nicht da, nicht da, da Super spannend Ob sie es schaffen wird Einfach nur 5 Meter geradeaus zu fahren Ich glaube nicht Ich glaube Ich habe nicht mal eine Ahnung ob ich richtig bin Aber ich meine so viel ausgefahren gab es ja nicht Alter Mann Ich fahre geradeaus Wird wahnsinnig Mann, Mann, Mann Mal 5 Meter ohne Beschuss Auch ganz angenehm Dafür kommt gleich wahrscheinlich umso mehr Beschuss Nein, ah, nicht da runterfallen Bitte nicht, bitte nicht Ich könnte ja mal eben nochmal Speichern Nein, nicht laden Zurück Speichern Mal speichern So Gut Wie jetzt? Ach, jetzt habe ich aus Versehen Nein Nein Ich habe aus Versehen Einfach reparieren gedrückt Jetzt schiebe ich da Beschuss Mann, wie doof kann man eigentlich sein? Zack Ja, natürlich noch eine da her setzen Muss ja Ist ja Riff Das kann mich auch bald nicht mehr reparieren Weil ich so doof bin Und dann dauernd drauf drücke Ist ja irgendwie noch Leute schießen Sachen schießen Dinge schießen So Nicht runterfallen, Mann Ah Ich wollte es mal gesagt haben Habe ich glaube ich noch nicht Falls ich es noch nicht erwähnt habe Habe ich es hiermit getan Straße wird irgendwie unwegig Kann ich hier noch was abschießen? Muss ich hier noch was abschießen? Muss ich hier irgendwie um die Ecke kommen? So, das hier sieht doch gleich nochmal nach Verfrasene Los Stirb Stufenaufstieg Super Kann ich hier jetzt irgendwie rein? Hallo Komm ich denn raus aus diesem Ding? Muss ich hier überhaupt hin? Wenn ja Wenn ja Wenn nein Wo geht es dann hin? Hallo Theoretisch wäre das da doch eine Einfahrt, ne? Und das hier ist eine Tür Aber wie komme ich denn Entschuldigung Falsche Taste So komme ich hier doch nicht rein? Ich kann ja erstmal Ich kann ja erstmal meine Punkte verteilen Ich hab ja Gibt es auch Dummheit wegskillen? Gucken wir mal hier mal einschüchtern aufleveln Radius und Stärke der Sabotage werden erhöht Vielen Dank Biotik Biotik-Tech-Fähigkeiten Wären innerhalb eines Also Biotik-und-Tech-Fähigkeiten Wären innerhalb eines In bestimmten Radius Temporär unterbunden Das hilft mir aber jetzt auch nicht weiter, ne? Gucken wir mal mit der Bausrüstung Alles nehmen Muss ich jetzt zurückfahren? Musste ich irgendwie unterwegs? Irgendwohin? Hallo Hallo Ach guck mal Ich kann aussteigen Nein, ich will nicht da rein Ich will da rein Mann Ich steig aus Blöde Kuh Ich will hier rein Und dann will ich doch gleich nochmal speichern Kann ich nicht Herzlichen Glückwunsch Kann ich hier speichern? Kann ich hier auf den Sack kriegen? Kann ich auch nicht Kann ich jetzt aufgespeichern, wa? Scheiße Scheiße Ich schieß doch mal das Ding da tot Du, hör auf dich zu ducken Ah, da steht ja einer Ich sollte besser aufpassen Ich glaube, ich möchte doch wieder nur Gesprächsequenzen haben Ja Jetzt muss ich doch wieder ein paar Meter fahren Na, komm mal her Daneben geschossen Auch gut Ich will die Erfahrungspunkte haben Mann Hau auf, dich zu überhitzen Hallo Danke Mann, Mann, Mann Warte, warum fährt der denn schief? Mann, ich drücke geradeaus Stehe das nicht So doof dafür Äh Schon mal weh? Ich hoffe, ich kann gleich nochmal speichern Damit ich nicht, ähm Ja, ich mache mir Illusionen vor. Ich wollte gerade sagen, damit ich nicht noch mal tausendmal sterbe, aber naja. Plus, Stuttenaufstieg. Perfekte Monto. So kann ich hier jetzt... Warum kann ich denn hier eigentlich nicht speichern? Habe ich jetzt so oft gespeichert, dass ich... Ich finde das aber nicht gut, dass ich nicht speichern kann. Raus aus dem Dings? Jetzt kann ich speichern. Oh man, neuen Spielstand. Ne? Äh... Ist bestimmt ein bisschen kalt da draußen. Garo ist so ohne Helm? Achso, ja, wahrscheinlich gerade erst aufgesetzt. Ich will nicht. Ich bin zu doof. Scheiße. Das ist... Fall tot um, fall tot um. Garos ist tot. Diese großen Viecher. Ja. Hallo, ich hab Angst. Entsichert und geladen. Entsichert und geladen. Vorsicht. Ich will nicht mehr. Ich will zu meiner Mutti. Alter, so viel wie wir in dieser Aufnahme gestorben sind, es klappt uns kein Schwein. Und danach guckt es wahrscheinlich auch keiner mehr, weil ich einfach so doof bin. Ey, bleib doch nicht hängen. Äh! Ehrlich gesagt, ich hab keine Lust mehr. Manno, Mann! Das wird scheiß! Bin ich echt so blöd? Gibt es hier einen Trick bei? Oder bin ich einfach nur zu doof? Ich bin einfach nur zu doof, glaube ich. Befürchte ich. Befürchte ich. Was? Ne, jetzt hab ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich werde gleich einfach mal eine kleine Pause machen und es nachher nochmal versuchen, weil ich bin zu blöd hierfür. Naja. Ich, äh... Soll ich jetzt echt eine Viertelstunde lang nochmal versuchen? Oder noch länger? Ja. Was haben wir denn... Kannen wir denn noch irgendwelche Sachen... Erstmal aufleveln? Kann ich jetzt hier irgendwie Gesundheit aufleveln oder so'n Scheiß? Äh... Äh... Kampfpanzer. Renegiert 30 Sekunden pro Sekunde. 30 Sekunden... Vielleicht soll ich sowas mal machen. Kampfverdrung. Soldat. Sowas. Ja, ihr macht ja so euer eigenes Ding. Halt, da war noch Ausrüstung, würde ich noch gucken, ne? Alles nehmen. Panzer, nichts ist das nicht. Präzisionsgewehr. Kann ich eh nicht mit umgehen. Ah... Die Schrottflinte. Ausrüsten. Ausrüsten. Ist nichts Neues. Speichern. Hier nochmal. Speichern zum hundertund tausendund... Vier millionsten Mal, weil ich ja... Mann! Jetzt geh ich hier rum. Was? Stirb! Geht doch. Sollte ich das bei allen machen? Ich bin aber ein ganz schlechter Sniper. Ein ganz schlechter Sniper. Also ganz schlecht ist schon gar kein Ausdruck mehr. Oh, es hat ihn erwischt. Ähm... Kannst du mal... Ah! Hallo! Wie wär's mal mit... Alter, es ist ja... Überhaupt nicht schwierig hier mit dem Ding, ne? Zu zielen. Wo seid ihr hin? Da hinten immer noch. Das wird nix. Das wird auch nix. Ich trau mich nicht näher ranzugehen. Trifft er den eigentlich auch, oder trifft er den nicht? Ich hab das Gefühl, er trifft den gar nicht. Ich hab das Gefühl, er trifft den gar nicht. Ey, Schrotflint ist vielleicht nicht die beste Wahl. Los, jetzt machen wir nochmal hier diesen hier. Trifft doch! Sollts treffen. Warum trifft er das denn nicht? Der backt ein bisschen rum, ne? Ist das ein böses, gemeines Ding? Ah, da sind ja noch welche. Vielleicht sollte ich dann doch noch nicht hier rausgehen. Vorsicht! Warnung! Alle Gipfel-15-Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Ah! Find ich das gut. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Find ich nicht gut. Aber immer... Die Reaktoren wieder einschalten. Ich muss erst mal speichern! Speichern! Ich wär zum Speicher... Verrückten. Wollte ich jetzt wenigstens irgendwas einsammeln? Zur Belohnung? Ich mein, das hat keine Belohnung verdient. Solange wir gebraucht haben. Ich gebraucht habe. Ich zieh euch da mal mit rein. Ach Gott. Habe ich schon erwähnt, dass ich kein erfahrener Shooter-Spieler bin? Oder kein gekonnter Shooter-Spieler? Ähm... Oh, Rüstung für den Torianer? Habe ich das richtig gelesen? Mittelschwer, Duelist... Ach, das kann er nicht. Das will er nicht, kann er nicht. Sie kann das ja auch nicht, ne? Aber warum nicht? Was ist das denn? Ich kann das auch nicht. Wer kann das denn? Ach, läck mich. Lecko mio. Am Arscho. So. Noch mehr Baller, Baller? Vielleicht sollte ich diese ganzen Upgrade-Sachen irgendwann mal benutzen, aber ich habe einfach keine Ahnung, was ich damit machen soll.